Ich rufe Tina an. Gefälschte Tina. Ich weiß, du hast nie Internet, aber du tust nur so. Du bist die gefälschte Tina. Ich weiß, du tust nur so. Ich weiß, ich nehm gerade auf. Und das ist so blöd. Du hast mir tausende Videos geschickt, wie du Tina nachts beobachtet hast und sie so komisch geschlafen hast. Das ist so gruselig. Und du machst dir immer ein neues Account. Das hast du mir auch geschickt. Und ich weiß, du bist ne richtige Hackerin. Und Tina hat ihr iPad versteckt, also bist du gefälschte Tina. Und Tina weiß nie, wo ihr iPad ist. Also, sie hat irgendwie... Findet nie ihr iPad, aber du, du bist die gefälschte Tina. Ich schwöre, ich hab so krise. Ich hab das alles Tina an der Schule gesagt. Das war so gruselig. Und ich weiß, dass du die gefälschte Tina bist. Ich weiß, rede und du tust nur so, als ob du kein Internet hast. Das machst du immer. Immer, wenn ich dich anrufe, dann tust du nur so. Ich weiß, ich nehm gerade auf. Das ist so blöd. Warum tust du nur so was? Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, du bist halt so. Ich hab das sogar heute in der Tina im Ausflug erzählt. Das war so gruselig. Ich und Tina hatten so Angst. Ich hab dir alles erzählt, was du gemacht hast. Du hast geglitscht. Du hast gehackt. Du hast meine Kamera an und ausgemacht. Ich hatte so Angst. Ich weiß, dass du eine Hackerin bist. Und dir gefälschte Tina bist. Ich hab die sonst immer hier angerufen. Bist immer reingegangen. Und dann haben wir immer ein telefoniert. Und Roblox und Pet Simulator gespielt. Und bei unserer Gruppe, du gehst da manchmal ran. Und du bist hier immer rangegangen. Was ist das denn da passiert? Ist auf einmal Tina, also Tina, also die gefälschte Tina, also du, also die echte Tina, hat immer, ihre Mama hat einfach ihr Apex versteckt. Und du, was machst du? Du bist die gefälschte Tina und hast ihr Account geklaut. Ich hab so Angst und ich weiß, ich hab Krise und ich mische das halt nicht. Tina ist meine beste Freundin. Und ich weiß, sie ist meine beste Freundin, die ich hier hatte. Und ich will es halt nicht, dass du sie den ganzen Tag heckst. Du machst ihr immer ein neues Account. Du machst alles mit ihr, was du hier heckst. Ich wünsche, du wärst so nicht. Ja, das ist so gruselig. Ich wünsche, du wärst so Public. der intellect der Mannschaft, Und ich zie, du wärst los hecht im Raum type,